hey leute und herzlich willkommen zur fünften folge von minecraft valhalla auf meinem kanal mit dabei ist wieder mein king hey leute achtung der kind schlaf ich mir kurz dann können wir die drachen bei targons vorknüpfen ich kann nur nachts schlafen ach nee ich kann jetzt schon schlafen genau in dem wo ich aufgehört haben wir ich habe ich habe hier das ist unser point hier dann passiere ich habe vier ich habe hier aber ich glaube dass sie nicht so ich muss mir sowieso jetzt in dir schwer machen ich habe aber was überlegen zwei dias ich mache jetzt ich mache jetzt ein ding ich mache jetzt ein ding halt ein zaubertisch dann haben wir die da machen wir jetzt auch noch zwei restlichen die erst die ich noch habe mache ich mir noch ein schwert ist okay weil meins ist mein heißen wird jetzt dann gleich kaputt ja ich tue jetzt erst mal kurz alles rein was ich habe hast du nur sticks gucken die kiste ich sehe keine das holz ja so okay dann machen wir kurz ein ihr schwert ich überlege gerade ich habe zwölf mach dir ein brustpanzer ich mache eine chest plate und ein schwert das stimmt wir können jetzt einfach alles reinpacken dann ist das hier auf safe ja das schlaue junge ja ich weiß jetzt schon die jahr schwert gemacht ja ich habe jetzt ein dia schwert let's go erstmal kurz hast du den zauberetisch jetzt schon gemacht ja warte ich kann den mal hier wir dürfen den alte wir dürfen nicht vergessen den abzubauen da glaube das passiert uns nicht ich wurde gerade passieren ich habe noch eine neue kiste gemacht weil bücher egal oder nicht ja das ding ist ich habe ich habe nicht wirklich viel warte mal machen wir mal hier noch so ein bisschen zucker auf die seite da kann ich immer craften warte mal leder ja ja ich traf jetzt gerade ich traf jetzt gerade ein paar bücher ok jetzt brauche ich holz war ja genug eigentlich ja wie viele bücher stürze jetzt habe ich jetzt kann jetzt fünf bücherregale machen und wie viele bücher hast du da noch 11 ich habe jetzt schon gemacht nein das ist aber eigentlich dumm wenn ich die jetzt platziere wir brauchen eine behutsamkeit ich wollte gerade sagen holz ist glaube ich das unser geringstes problem ja man wir können erst level 11 das weiß ich platz da und ich glaube wir können uns hier erst mal so ein bisschen niederlassen oder haben umnambus stimmt er wegen büchern kann ich ja das buch haben ja war ich glaube ich habe es in kiste gelegt was glaubt mir das mal also ja es ist in der kiste nimmst selber raus ich bin ich gerade ja so hier war der buch ist das buch hier ich habe halt in federfall 2 buch aber ich würde das gerne auf meine stiefel dann machen ok ich mache auf meine hose eisenhose schutz 2 die schuhe warte ich guck jetzt mal nach schwert das kriege ich die ja schwert rückstoß nemesis haltbarkeit diamant brustpanzer kriege ich nur schutz 1 hast du mir das buch gedroppt ja eigentlich schon das liegt halt vor dir du nimmst es irgendwie nicht warte ich wer es nochmal ja jetzt haltbarkeit schwungkraft federfall 1 ich guck mal nach auf spitzhacke effizienz da mache ich einfach mal einmal effizienz drauf für ein erfahrungsdingens haltbarkeit und effizienz auf der eisenpegge ja das geht wohl klar ja schutz 1 auf dem dia brustpanzer ist nicht sinnlos da müsste man zu viel mit büchern arbeiten ja ja ist so und das wird halt auch teuer mit der zeit geht es dann sowieso nicht mehr ich könnte halt nur schärfe eins auf mein dia schwert kriegen nee nee warte mit dem dia schwert also mache ich erst mal kurz schärfe eins auf das eisenschwert und jetzt gucke ich mal nach schärfe 2 ok das mache ich immerhin ja immerhin schärfe 2 so ne schutz 1 ich tue jetzt alles nur ein wasser noch schutz 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 voll verzaubert ist okay da ist okay ich bin ich nur noch level 10 mittlerweile schon krass egal ich komme jetzt wieder hoch ich habe mir kurz besser gewollt und da oben ist so es sind eben das sind keine drachen so richtig sondern das sind mehr so wie sagt man den also pferde mit flügeln die sache ist ne ich habe auf meiner meine rüstungstool verzaubert ich habe schutz 1 stiefel schutz 2 beine dia brustpanzer mit schutz 2 und haltbarkeit 1 drauf bekommen und eisenhelm mit schutz 1 dann das dia schwert mit schärfe 2 und ich habe noch ein eisenschwert mit schärfe 1 wenn du brauchst soll ich meine sachen auch verzaubern na ich würde verzaubern ja junge also wenn du sterben ist egal ne stimmt also warte ich noch was steine da ok mal gucken was ich da auf meiner rüstung bekommen oder so hast du mein schild ein schild ne ich habe nicht dein schild ich habe mein schild in der chest ach so ich habe es in der zweiten hand da komme ich noch auf jeden fall 1 wow ja schutz 2 altbarkeit 1 schutz 2 schutz 2 ja ich habe eigentlich überall schutz 2 jetzt jo was hast du für glück dass du überall schutz 2 hattest ist so aber nehm ist nehm ist der gliederfüßler alter gar kein problem nehm ist der gliederfüßler aber der bringt jetzt nichts ja ist so ok ja ich habe jetzt einfach immerhin ein bisschen verzaubert ich habe nur noch 7 level aber nehm glaube ich aber dein eisenschwert weil es macht einfach genau gleich viel schaden ja dann nimm das eisenschwert nicht wenn das dia schwert verbrennt das wäre teuer ja gut aber ich glaube die können sowieso kein feuer sparen ich weiß es nicht wissen wir ja nicht ich habe einen wasser einmal dabei also ja ich auch ok ja ne äpfel haben wir leider nicht also ich habe vielleicht ist in der kiste was aber ich habe keine du musst du musst eichenbäume abbauen ich glaube die anderen droppen kann ich zu grad laub abbauen wir haben super viel gold da wärst du praktisch wenn jeder vielleicht noch ein goldapfel hat ja aber die sind nicht so krass diese drachen das sind so hypo wie sagt man das ja wie heißen die nicht so hypo grafen oder so alle was machst du denn achso du bist nur drüber lol ich bin ganz gemütlich am bombig hindösen und sehe dich da plötzlich schon voll im fight ich glaube aber die sind gar nicht so krass aber egal das ist besser dann packen wir die hippo graf ah ok eben ja kann man die an also der greift mich nicht an vielleicht können wir die zähmen aber wie nein kann ich aufsteigen oh gott oh gott alter was hat er dir gedroppt er hat einfach nur federn gedroppt er war doch nicht so krass falscher alarm aber in diesem biome können halt wirklich viele eisdrachen wollen dann spawnen wenn es ein bisschen höher ist dann lass unser zeug mitnehmen und weiterziehen ok ja das ist eisdrachen sind dann halt schon krass ne also ich weiß nicht ob wir die dann packen gut zu zweit zu zweit sollte es zwar gehen ich wollte gerade sagen abgesehen davon würde ich sagen wenn wir hier welche auch treffen sollte ne äh wir sind zu zweit und da können wir einfach die tru noch mal platzieren und noch mal alles einbauen so ja ich denke das wird schon passen eben ich würde sagen ich nehme einfach die ärzte wieder mit also lass mich jetzt mal kurz an die truhe nimm du mal bauern die bücherregale und alles ab ja ok so ich nehme jetzt einfach hier die äh ich würde gerne ganz kurz meine spitzhacke hier wieder nehmen ok äh nicht die spitzhacke sondern ich meine die axt aber egal also ich habe jetzt so eigentlich alle ärzte rausgenommen du hast ein fehlerfallsweibuch ja das habe ich damals gefunden da ok was ist hier noch richtig wollen wir die manuskripts mitnehmen hm wollen wir die manuskripts mitnehmen weil ich weiß nicht ob die uns überhaupt was bringen ok das hier kann man noch mitnehmen obsidian sollten wir auch mitnehmen kohle die 31 kohle blöcke sind vielleicht wichtig ja ja ich werfe noch ein bisschen was weg was haben wir denn jetzt hier unnötiges äh ey wieso habe ich jetzt so viel platz hast du jetzt so viel ja ich habe über viel mein inventar ist voll warte ich droppe den mal ein bisschen geil zwei sticks kannst du auch noch nehmen die platten ja kommen da weiter gehts wir lassen das zeug einfach hier stehen willst du aber den ambus nehmen wir noch mit achso ja den sollte man mitnehmen ach mein bett ja das würde ich auch mitnehmen hier so ja das passt alter dann lass uns einfach zu rettungsattenten weiter gehen zum gönnen oh mein gott ich war viel zu weit weg von meinem mikrofon ich weiß gar nicht ob man nicht richtig gehört hat gerade also bei mir hat man mich doch relativ gut gehört stimmt alter ja ok ja egal also was denn keine ahnung ich wollte am rim was sagen wir machen so voll Panic oh das ist ein Drache er sah alle Dias rausglauen ja und extra noch so eine neue Folge gestartet das ist aber so oh das ist mal ein hypo dingens ja hypo dingens alter ich meine gutes Diaschwert Diasrüstung ist nie verkehrt ja klar das bringt uns immer was aber schon ein bisschen unnötig ja ja Kürbis brauchen wir ne Kürbis brauchen wir doch nicht oder ich würde gerne ich würde gerne Drachen ja aber Digga hier gibt es ganz andere Drachen die sind viel geiler ja aber Endertrache gibt viel Level mit deinem Level alter ja Junge verzaubern ja eigentlich schon ich hab beim verzaubern äh 20 Level ausgegeben ne ja stimmt halt schon ja ich hab auch wieder 10 ausgegeben boah ich würde gerne einen Eisdrachen finden ich wäre echt gern wenn wir uns dann Drachenrüstung craften oh hier geht eine Höhle nach unten ne ne große weiß ich nicht aber ja guck mal rein vielleicht siehst du ja ein Nest nein der kommt weiter okay ah das ist nur der Mond ich dachte das wäre irgendwas krasses wollen wir kurz schlafen ja ja ich bin grad schon am stehen geblieben wo bist du eigentlich ich bin da auf dem Berg irgendwo ich suche ein Nest ich bin nicht auf dem Berg ja egal wir werden uns schon wieder finden oder so na ich bin an dem Berg links dabei gegangen ja du mein Hypograf aber die jucken uns halt nicht warte bleib mal da stehen wo du bist gerade okay okay ja ich geh hier noch kurz ein bisschen hoch alter wenn hier mein übel den übel den übel oh Gott hier oben guck mal links an dir oder rechts an dir jetzt hier ja ja aber ich habe hier Eis gefunden ich dachte gerade das ist ein Nest von dem Eisbraten weil da ist auch Eis am Boden oh hier hi okay ja gehen wir auch weiter Autsch äh verlieren wir uns hier einfach wie ihn oder nein ich bin hier einfach gerade weiter gelaufen wie die Jot oh schaffe ich es auch ja alter ich bin ein bisschen zu Pugies die war aber was nochmal na alter ey ich habe durchgespielt hier let's go au lol okay entweder ein Dschungel oder so ein scheiß Drachennest alter ey scheiß ein Feuerdrachen wäre halt auch echt geil weil aber gut what the fuck ne red panda ey red panda was oh du nötest dir mal alles ja ich bin gucken was ich ja ich bin gucken was ich machen auf jeden Fall mies ne anständige Rolscher brown bear bist du brown kriegst du brown oder haut was manchmal das ist was ich höre auf jeden Fall ein bär ja ja der war ja auch gerade ein bär ja ja jung gebracht aber alles klar diga ja warum nicht die geben Level boah weißt du was auch geil wäre ne mansion ne Schluch da hätten wir ja ok ne Schluch auch aber da hätten wir so viele Bücher wollen wir in den Neta nächste Folge gehen ja ne können wir eigentlich ich meine wir haben ja genug Obsidian hast du n Flint also n äh äh alter hab ich mich gerade erschreckt das hat das äh alter was ist das da ist ein Bär aber trotzdem hier war ein Bär lol okay alles klar diga aber was war das für hässlich nervige Geräusche alter das hat so wie Münzen irgendwie geklingt ja ja ne voll ich dachte irgendwie irgendwer hier will traden oder so ja wir haben ein Nest wir haben ein Nest oh mein Gott ein Feuerdrache oh mein Gott alles auf ey dead Junge der ist so stark der ist so stark wir werden so verrecken äh erstmal kurz hier irgendwo aber aufbauen hier ja ja lass dich ein Haus bauen ich hab hier schon eins gebaut oder angefangen ja egal wir bauen hier einfach so eine wall das passt okay erstmal direkt wieder spawn Punkt alter hab ich mich erschreckt oh mein Gott ey das sind sich halt die stärksten Drachen im Dings ja das macht doch Sinn das sind die stärksten Drachen im Spiel Alter der war so laut ist so oh Gott Leute oh ja jetzt gehts ab ey ich glaub wir werden so hast du ne Crafting dann können wir oh mein Gott oh mein Gott alter er kommt nicht er kommt nicht er kommt nicht er craft irgendwie ne ne Truhe äh hast du noch ein Crafting je alter Junge ich muss die Sounds sicher jetzt ist auf jeden Fall schon mehr attraktbar freundliche feindliche feindliche nicht freundliche du Idioten natürlich ist auch freundlich ey das Ding ist wenn der Level 4 ist können wir ein Ei bekommen Alter das ist doch nicht so aus Junge bei mir ist das immer noch übel laut bei mir ist das auch verdammt laut aber schon mal akzeptabler als davor boah das ist klar okay einfach hier alles rein neger du hast die Dias mitgenommen hast aus der Kiste was du hast die Dias mitgenommen ja ja also zwei alter ja ja das waren ja noch zwei also okay Alter wir werden glaube ich so drauf gehen einer muss ihn wie ablenken ach komm wir gehen da mal drauf komm scheiß drauf oder wir gehen da mal rein äh der machte ein Herz Taten alter ich beginne gleich tot halbes Herz 1,5 Herz oh kack hat mich angezündet ja ich weiß ich eben auch mein Zeug oh mein Gott wie viel Gold habe ich ich bin verbrannt ich hab mein Zeug verbrannt glaube ich ich kam nicht weg von ihm er ist weg geflogen doch da mein Diaschwert liegt noch meine Diabrüst auf oh Gott der ist doch vorne im Wasser ich glaube wir müssen den ins Wasser loggen ja ist so er ist im Wasser hä? meine komplette Rüstung ist noch da oh mein Gott Kisten looten da könnte geiles Luft drunter sein ja hab ich auch so ein bisschen aber da ist mein Eimer weg nein doch mein Eimer ist noch da okay äh ich loot hier mal ganz kurz während der Drache irgendwie weg ist Alter so geil dass wir hier was ist das Pile of Gold ah das war vom Drachen dieser Sounds weil er da eigentlich wahrscheinlich drüber gelatscht ist oder so oh ich glaub ne 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 oh mein Gott alter baut das ab das gibt Gold lol das ist ja geil das ist ja geil ja ja aber trotzdem oh mein Gott ich wie gesagt er ist so stark alter ich war fast instant tot ich weiß ich hab's gemerkt egal aber ey es wär so geil wenn wir die bekommen diese Rüstungsteile wären so wichtig wichtig wirklich wichtig wenn ich weiß nicht wieviel Damage der macht tu ich kurz mein Dingensschwert beziehungsweise meine Diabrost vielleicht selben die Sache ist halt der Bruch sich ane an und schlägt dich mal nach vorne und brennt dich auch immer ab mit nebenbei gleich mit das ist die Sache ja ja ich pack jetzt auch hier einfach alles wieder in die Kiste hier ist auch mein Schwert bisschen Gobblestone Essen ich hab ne Erfahrungsflasche ja ja ich hab auch bekommen oh wie Gold wir haben ja ich weiß es ist krank hey geil so geil geht's wieder drauf oder ja ja aber wo ist er hin hat keiner Wunder erwischt oder der ist vorne ins Wasser gegangen ja ja wieso stehst du bei mir hier in der Luft alt hat's grad geleckt ja ja ich weiß ja der ist vor ich seh es ich seh ihn noch nicht links 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 ach so links 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 ach so links 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 ach ja dahinten ich geh ins Wasser ich schwimm zu dem hin lol hier liegen überviele Fische der hat die alle platt gemacht also geil oh ja ey dahinten das sind kleine ah ne da sind wieder diese guck das ist ein Feuer auch nicht alter was sind das für Dings hä Sympathie und Burn oder so oh mein Gott lol das sind wie viele Dinger die schießen Pfeile oh mein Gott ja ich weiß ich renn grad zurück und hör mal ein Spiel oh mein Gott Alter die Pfeil die Pfeil oh mein Gott Hilfe ziehen wir uns zurück und hör mal ein Schild ja Alter ich bin gleich tot oh guck mal wie viele Pfeile das die schießen ich weiß ich hab's gesehen das hat übergeleckt bei mir entflegt oh mein Gott egal was will ich da machen einfach rennen oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ey bitte mal auf ihn einer ist tot oh mein Gott ich bin gleich tot ich hab den einen Typen gekillt hier liegt irgendwas ich hab ein paar Sachen von den Dingern aufgesammelt ach so ich hab jetzt ein Alter ich muss mich einbauen scheiße ey was haben wir denn hier für ne fette Party erwischt alter holy shit mein Schild ist glaub ich verbrannt das ist das einzigste ey das ist so dumm was ich gerade gemacht hab ich hab mich zugebaut und ich hab gar keine Werkzeuge dabei mit Holz oder mit Stein ja mit Stein Junge ich hab so Angst wenn ich jetzt raus geh da ich direkt wieder auf die Pässe bekomm nein die sind gar nicht da ich bin an unseren Kisten hä ne die sind oh oh die kommen wieder nein jetzt lass mich doch in Ruhe was sieht das für nervige Dinger ja oh man ey wieso verbinden sich die Pässe nicht ja oh mein Gott alter wo sind denn die die geben aber kein guter Kopf alter der Drache sitzt vorne am Wasser ich gube ja die haben vorhin gegeneinander gefeiert ich glaub der hat viele Schaden bekommen ich versuche mal mit diesen Dinger fertig zu werden weil die haben hier gar nicht so viel Leben ja ja versuch mal versuch die fertig zu machen oh boi alter der hat übelkrasse XP bei mir ich reihe die wie viel HP hat den noch ach so also mal bis her bist du bist du noch drauf oh nein 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 ich saß da drauf dann hat der mich irgendwie komisch rumgeschüttelt ja ja klar der macht das ne ne der hat dich ins Mund genommen der hat dich ins Mund genommen ah der hat mich im Mund genommen ja ja das machen die die nehmen dich in den Mund und schwingen dich so rum und ja du bist dann wieso kann der ins Wasser aber das ist eigentlich gut wenn er im Wasser ist weil dann ähm meine Hose fehlt mir gerade du darfst nicht spammen da machst du kein Damage ah ja stimmt oh ne der hat mich auch im Mund ja ich bin auch tot scheiße weiße man das wird so schwierig wir sollten am besten mit Pfeilen agieren aber ich hab halt ich hab keinen Bogen keine Pfeiler stimmt ich hab beides nicht ey es ist schlau wenn ein quasi Fokus in der andere haut rein hinten ja ist wirklich so okay du immer ohne Stuff dorthin ich versuche jetzt dein Stuff einfach einzusammeln ja ja warte ich hab ihn jetzt schon ich hab ihn jetzt schon verpiss dich am besten hast du alles? ja ich glaube oder circa die können diese Lachse denn immer noch leben alter okay ich hab mal im Wasser einmal ich hab deine Hose mir fehlt halt die Hose und die Hose hat oh Gott der kommt nicht her ich hab deine Hose ich hab deine Hose echt? ja hast du meine Schuhe? äh ne scheiße die liegen bestimmt hier irgendwo noch rum ja 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 da schwimmen sie ja ok chill ich ja ok chill ich nice die sind fast kaputt ne der macht übel damage auch an der Rüstung ja ja Eisenrüstung fast kaputt bei mir stimmt alter oh mein Schild mein Schild ist weg oh hier sind die Viecher wieder weißt du wo mein Schild ist? hast du mein Schild? alter nein achso die hab ich ballern grad drei von den Viechern ab haa ich bin won it ach nee hm ey es ist ja so stressig dieser scheiß Drache und diese anderen wisst ihr es ist so klar dass natürlich auch nur diese anderen doofen Viecher dahin kommen es kann ja nicht nur kurz der Drache sein äh der Feiertrache Junge ok dann schlaf kurz hier die schießen auf mich und dann kommt plötzlich der Feiertrache aus dem Wasser und ballert mich auch noch dazu ab ja ja ich weiß es ist schlimm ok dann stimmt jetzt versuch du mal ähm dein Zeug zu holen und die gleichzeitig so ein bisschen abzulenken ach Junge warte warte ich hab was willst du? Junge aber es ist wer ist eigentlich auf die Gegend gekommen? alter ein Mob das Pfeile scheißt alter geile Idee ja da ist immer noch irgendwo irgendwo da ist ja das Ding ist wenn wir den jetzt auch so tausendmal halt noch angreifen müssen irgendwann mal wird der irgendwie auch tot sein wie kann er mich denn im Wasser anzünden alter? das leckt halt irgendwie rum ja wow ey aber er hat gar nicht mehr so viel Leben ja Damage ne? ja ja wir machen ihm halt trotzdem langsam Schaden ne? er ist fast tot nein er hat mich zwar aber er ist fast tot KFC bis du bis KFC by a Dragon ja moin oh mein Gott oh mein Gott halbes Herz er belagert mein Zeug ja ich hab ich hab gerade einen Wassereimer von dir zumindest ey ich brauch mein Schwert ja ich eben auch dass ihm damage machen kann hier hier ist mein Dia-Schwert ok gut äh ich damit hier sowieso wir müssen sowieso unsere Sachen hier immer wieder so ein bisschen einsam das verbrennt es ist halt weg meine Dia-Post hab ich auch noch nicht wieder scheiße oh what haben mich einfach gewissen hallo scheiße ey ich find meine Rüstung und mein Schwert nicht mehr ey komm schon einen Drachen müssen wir doch erlegen ich hab auch ein bisschen mehr Rüstung als ich vorher hatte mir fehlt wieder nur noch meine Hose ich glaub dir in der Hose kannst du irgendwo hinstecken aber seine Schuhe hab ich auch ok der Fight wird uns halt mega viel Rüstung kosten ja sei ich so unnötig aber wenn er eine Mose hat kann man ihn übel gut hitten ja das ist so aber das Ding ist du bist halt meistens auch tot ja ja 3 Hits halt raus aber aber ich kann ihn auch 4 mal hitten aber das ist übel verbuggt mit dem Hitten aber ja ja ich will ihn töten ich eigentlich auch ich frag mich halt wo ist denn mein Schwert und so hier liegt mein ich hab mein DIA Schwert wieder ich hab deine Eisen chestplate ok nice ja ich hab meine Stiefel oh oh hast du mein Schwert? mein Eisenschwert? ja ja hab ich warte wir kommen an Land ok warte ja dann können wir zumindest wieder ein bisschen Schaden machen hier ist noch ein Chill warte hier ja gut ok eine Hose fehlt mir halt auch wieder oh oh god ok Pongsun Pongsun Alter mach mach halt Tobi nicht Schaden ich mach richtig viel Damage halt nicht nein wir haben ihn noch angezendet ich wär noch so weggekommen ok aber mein Land mein Staff ist auf dem Land ey komm ey komm er hat nur noch irgendwie so 10 HP das ist wieder dumm Alter das leckt gerade übel ja ja vielleicht wegen nem Drachen der hier ja ja das ist safe wegen dem Drachen vorhin hat das ja nie so krass geleckt ok ich hab mein DIA Schwert wieder ok ja ich hol auch mal kurz mein Stuff da drüben der ist ja einfach hier ich weiß das aber das Zeugs auch wegspickt wenn man stirbt Alter ich hab ne Tentakel alles klar Digga Ehre ich kann meine DIA Brust nicht einsammeln weil es leckt ja ja ich auch nicht irgendwie ok jetzt hab ich die Ahnung ok entspannt ah du hast auch ne Tentakel oh jetzt hab ich grad voll viel Sachen bekommen so letztendlich verdoppeln wir aus Versehen irgendwelche Sachen wegen nem Bug mir fehlt wieder nur meine Hose ich hab viel zu viel ja aber die ist doch einfach weg lol was hat der gerade gemacht weiß ich nicht geh jetzt rauf ich hab das Gefühl dass der sich heilen kann oder so ja aber ich guck mal halt zurück Alter nur noch 6 HP ja 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 ok jetzt jetzt brauchen wir das wie bekommen wir nochmal die Knochenhaut weiß nicht mehr wie also oh ich hab ein Herz bekommen ja 12 Scales Alter wir können uns ne Rüstung machen wir können uns ne Feuerdrachen Rüstung machen oh mein Gott ist das geil wir müssen hier noch ein bisschen draufschlagen da bekommen wir noch dieses Skelett Knochen Zeugs aber wo ist die Hitbox wo ist die Hitbox der hat 113.000 HP Alter das Ding ist oh mein Gott wir haben vom nem Feuerdrachen wir haben ich hab 15 lol ich hab 12 Alter wir können uns beide ne Rüstung machen Junge wo ist diese Hitbox nicht vorhanden doch eigentlich müsste die sein die ist sich bei mir verbewegt gerade Hä wir müssen ich tauch mal auf den Grundklang dass hier nicht noch so ein Zeug liegt ah ja stimmt oh Gott ja ja man kann das eigentlich kriegen man muss irgendwo da ich hab glaub ich die Hitbox jetzt gefunden man muss einfach übel manchmal draufschlagen ach so mit Linksklick äh Rechtsklick meine ich oder? echt jetzt? ah ja 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 den Kopf guck wir haben jetzt einen Kopf den können wir dann aufhängen bei uns hast du auch einen bekommen? ich hab einige ich hab nur Knochen bekommen ja egal komm scheiß drauf der gehört uns okay komm wir gucken hier mal kurz Alter wir haben einen Drachen erlegt diese scheiß Drachenbüter ja aber weißt du was wichtig ist ist doch dein Wassereimer hier das wichtigste du hast deine Hose wieder nein ich hab meine Diabos noch und ich hab meine Diashwert auch noch ey ich hab auch noch alles was ich vorhin mit dabei hatte ne die Fackeln hab ich nicht mehr oder hab ich die weggelegt ah ich hab das Schild gefunden hä als ob wir haben nichts verloren warte ich hab sie da hingeschmissen aber das ist wohl nicht der größte Verlust oder? aber deine Hose ja okay aber sonst haben wir wirklich noch alles ey alter Hauptsache wir haben wir haben den stärksten Drachen im Spiel gut der war jetzt auch noch nicht ausgewachsen er war ja auch noch ein Jungtier ja aber trotzdem wir haben den stärksten Drachen im Spiel getötet warte mal da oben ist noch nicht viel Gold ich brauch noch einen Spitzhacker ja okay ich hab das mal ich crafte mir jetzt mal warte mal wie wir es bauen wie wir mal kurz dragon schau mal wir machen denn jetzt Rüstung um alle Teile zu machen ah ok also das ist jetzt wie die Platten sozusagen wir können jetzt mit denen einfach dann Rüstung machen ne Eisenschuhe oh mein Gott ist das geil ey ich mach mir erstmal ne Brustplatte und dann irgendwie noch Schuhe warte mal warte warte ich hab nen Plan deswegen ja hab ich ja gefragt achso scheiße jetzt ich rechne mal nach wie man insgesamt braucht warte wir brauchen insgesamt eine Rüstung komplett 4 plus 5 sind 9 plus 7 sind 16 plus dann noch der Hanisch ok warte mal 16 plus wie viel waren das denn wie viel sind das warte mal das sind 6 7 8 ok 8 plus 16 das sind äh 24 ne wie viel hast du ich hab jetzt noch 4 aber ich hab dafür auch schon ne Chessplate ok du hast noch 4 dropen wir das mal ja ich guck mal was ich grad gefunden habe in der Kiste warte wieso das kennen wir was hast du gefunden lol ich hab ja auch noch okay where have wir jetzt Eisenstiefel was können wir mit dem drachen herzen machen Kommen wir mit dem drachen herzen machen wor wir mal Nein, wir hätten uns ein Feuerschwerb machen können Scheiße Ja, wir hätten halt eine leere Glasflasche gebraucht und dann hätten wir das Weißt du was? Einer von uns kann sich eine volle Rüstung davon machen Aber wollen wir nicht besser, dass beide eine Hose und eine Chessplade erstmal haben, damit wir einfach besser beschützt sind? Ja komm, machen wir das, dann haben wir beide so ein bisschen was davon Okay, die ist auf jeden Fall einige Stärke, diese Drachengustung Ich mach mir jetzt noch eine Hose Aber das reicht dann nicht für beide, aber wir können uns beide noch ein Schwert machen Aber brauchen wir das, ein Schwert? Ja, aber das Ding ist, wir können aus dem kein Schwert machen Dragon Scale Chessplate Plus 9, plus 7, alter Ich weiß, das ist überraschend Okay, warte, wir müssen auch schon nach einem Feuerdrachen halten wieder Dann können wir mit einer leeren Flasche können wir uns Drachen Sauere Säure irgendwie einfangen und dann können wir ein Feuerschwert machen Und richtig Ja, man kann auch mit dem Ding Da kann man auch kein Ding jetzt machen Also kein Schwert Oder? Wart mal Äh, ich mach mal kurz noch ein paar Goldblöcke aus diesen ganzen kleinen Goldklumpen, die wir hier haben Hier Flammt Dragon Äh, Bone Sword Okay, damit macht man das Da braucht man ein White Thither Bone Dragon Bone Und noch ein Dragon Bone Braucht man auf jeden Fall Aber, ähm Das, was wir haben Das bringt uns nichts, weil daraus können wir nichts craften Ja, ja, ich weiß Ich frag mich, was wir mit dem Drachenherz machen können Na egal, wir sind jetzt auch schon wieder über eine halbe Stunde, Alter Egal, das würde ich aber noch machen mit Also, weil das ist noch so eine Hast du mir jetzt noch meine Hosen? Äh, ich hab noch vier von den Dingern Und ich hab mir nur ein Chestnut und eine Hose gemacht Kannst du ja noch ein paar Schuhe machen Ja, stimmt Okay, Alter, nice, ey Ich mach mir kurz mal aus den ganzen Gold, Goldblöcke Ja, ja, hab ich schon gemacht Ah, nee, zwar noch nicht überall Okay, ähm Ja, wollen wir dann die Folge auch beenden? Das können wir ja zu Ridsch eigentlich auch offscreen machen Oder nicht? Oh mein Gott Nö, ich mach das jetzt hier noch on stream Okay Gehen wir noch alles Wichtige mit Was wir irgendwie auch können, Alter Hier Zuckerrohr Ey, wir müssen unbedingt weitersuchen Nach diesem Drachen, Alter Das ist ja so geil Auch wenn wir da 20 Versuche brauchen Aber egal Ja, wir werden jetzt so Wir werden jetzt so krass respektiert Ich weiß nicht, wie es die Folge nennt Das Fake Der Fake-Drachen Und Die Drachenrüstung Ja Wart mal, schlag nicht mal mit der Faust einmal Ein halbes Herz, lol Die Feinde haben es bekommen Hä, schon, bei mir hat es ja einfach so ein halbes Herz angezeigt Wart mal, kannst du nochmal den Verzauberungsstisch aufbauen? Ich will nochmal gucken Nein, den Verzauberungsstisch aufbauen Nicht schlagen Achso Ich bin zu dumm Ich hab überhaupt nicht zugehört Wobei, ich hab nur Teile, dass sie wenig Ja, okay, ja, gut Ja, ich würde nur Schutz drauf kriegen Normales Ja, okay, toll Okay Naja, gut Warte, stell dich mal zu mir Was kann ich hier noch nehmen? Hast du deine Rüste gar nicht an davon? Was? Habt ihr die Rüste gar nicht an? Äh, ne, ich hab sie gerade nicht an Okay Na gut, dann stell dich mal neben mich gleich Okay Und dann Eine App für Abmod Dann gibt's einen tollen Screen für das Thumbnail Ach, stimmt Du schaust gar nicht in mein Ding jetzt Du musst hier hinschauen Da, wo ich hinfraue Perfekt, danke Weil hier ist der Himmel gerade geil Im Hintergrund Okay So, Leute Das ist das mit der Folge Sie war super spannend Und anstrengend zu stehen gerade Oh Gott, ja Aber Erstmal ein Jahr Pause mit YouTube Ja, erstmal ein halbes Jahr Pause machen Nee, und Du musst dir vorstellen Wir haben in Folge 5 das gemacht Die anderen sind Folge 9 Und hab's noch nicht geschafft Haha, Loser Das war übersteuert Tut mir leid Ja, ich hab's gemerkt Okay Na gut, schaut unbedingt mal Mein King vorbei Aua, nein, bitte nicht schlagen Oh Gott, was habe ich jetzt Ach, ein Kripp mit dem Diasch Er hat Schwert mit Schärfe 2 Und dann würde ich sagen, Leute, haut rein Ciao, ciao Ciao